Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Luciano Loco. Am 17. November 2017 lieferte Luciano das Album Eiskalt ab. Fast genau ein Jahr später kommt der Berliner mit dem nächsten Release. Loco beinhaltet 17 Tracks, Features kommen unter anderem von Nemo, Capital Bra und Enno. Das Album wird über Urban veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Neo unleashed Prestige. Prestige wurde bereits mehrfach verschoben und war schließlich für den 16. November angekündigt. Vier Tage vor Release veröffentlichte Neo eine Videoansage, in der er verkündete, dass das Album erst am 23.11. erscheinen würde. Grund dafür seien Probleme beim Vertrieb. Prestige kommt mit 15 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album erscheint über das Label Ultimate Berlin und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Ciao.